Viele internationale, prominente Persönlichkeiten aus Politik, Show, Kunst und an der Musikszene kann er ganz, ganz super nachmachen. Mittlerweile ist er als Moderator bei den verschiedensten Veranstaltungen ein wirklich gern gesehener Entertainer, weil er unheimlich vielseitig ist. Vor zwei Wochen hat er die Show und die Event 1998 in Stuttgart moderiert, also wie gesagt, er ist unheimlich viel unterwegs. Und ich hoffe einfach mal mit einem kollegialen Gruß von Moderatorin zum Moderator, ihn zu mir bitten auf die Bühne, Michael Birkenfeld. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Ihnen jetzt eine ganz bezaubernde, reizende junge Dame gleich hier präsentieren. Sie ist eine Vollblutsängerin, die Mutter half ihr damals bei der Entdeckung ihres Talentes und ihre Liebe wurde der amerikanische Rhythm and Blues. Seit einigen Jahren ist sie nun als Solistin unterwegs, begleitet vom Pianisten Jochen Schwarz, denn hier ist für sie Angela Gerholt. Ich habe nichts, nichts, nichts. I think if I don't have you 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 The Rebellations Das ist dein Applaus Das ist dein Applaus Das ist dein Applaus B чуть Vielen Dank.